Jo, helleschön und herzlich willkommen zurück hier zu der nächsten Kampagne von Call of Duty, World War II. Heute steht die Festung an. Schauen wir mal, wie es so wäre. 26. Juli. Wir haben uns in einem Bauernhaus vor Marigny versteckt. Ich schließe meine Augen und denke an Hazel. Aber am Ende habe ich wieder diesen Traum. Ach, Träumen habe ich auch ganz viele. Mission Start. Immer wieder werde ich nicht los. Schon besser. Wo du dich aus? Nein. Ich beweise Pearson meinen Wert. Er ist mir scheißegal. Du musst gar nichts beweisen. Ja, aber ich habe die Schnauze voll. Zu Hause regeln wir die Dinge anders. Von Mann zu Mann. Nur so verdient man sich Respekt. Ich verstehe das. Glaub mir. Ein Mann muss für sich selber kämpfen. Nur Respekt nützt gar nichts, wenn man dafür drauf geht. Du passt ja schließlich auf mich auf. Übrigens. Passt der heilige Michael auf uns auf. Also, gibt's keinen Grund zur Sorge. Wusste gar nicht, dass ihr an sowas glaubt. Ich nehme jede Hilfe, die ich kriege. Erzählst du jetzt von deinem Traum, oder was? Wölfe rissen unser Vieh. Mein großer Bruder und ich jagten sie und wurden dann angegriffen. Ben, erschieß ich! Ich versuch's, ich versuch's! Schnell! Alles okay? Es tut mir leid, Paul. Hör mir zu, Kleiner. Es ist ganz natürlich, Angst zu haben. Wir müssen nach Hause, Kleiner Bruder. Von diesem Tag an wollte ich Paul niemals wieder enttäuschen. Aber jetzt muss ich nicht nur ihm gerecht werden, sondern auch Pearson. Entdeckung! Na los! Körner wird den Manövertrupp auf den Platz führen. Unser Job! Unterstützungsfeuer von der Kirche aus. Noch Fragen? Gut! Ich hab ne Frage! Jetzt nichts, Deils. Es winkt ein goldener Schwärm. Los jetzt! Ich glaube, er mag mich. Ich brauche Feuerstück auf der linken Seite. Alle anderen flankieren rechts. Das Haus sichern! Rücken vor! Gehen Bedenkung! Gehen Bedenkung! Er ist erledigt! Rennote! Reilung! Rauch den Signal, Rauchayello! Ab ihn im Visier! Ein Kübelwagen! Sie drücken den Süden! Vor und nach! Ich sehe sie! Kontakt, ein Uhr! Feind geht auf der Deckung! Na los! Deckungsfeuer von links! Feind dem ersten Stock! Alle ihn erwischen! Gehe rein! Daniel, den Kopf und... Äh, 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 ich bin auch noch hier äh... ...loass in der Hälfte! Waffen nähern sich! Ich hab ihn im Wiesboden. Vorne die Rübe. Herr Wann hat es hier. geht doch er bist du hartnäckig ach muss ja das mal okay Deutsche! Mein Mann ist bereit! Verst du das? Halt! In Deckung! Auf den Boden! Die draußen sind verletzte! Zieh sie in Deckung! Engels, zieh sie da raus, ich gebe Deckung! Bitte hilf mir! Halt sie! Entdecken die ganze Straße! Die brauchen die draußen! Die decken wir gar nicht mehr hier ab! Ah keine! Eine Mamuni! Äh, jetzt brauche ich keine mehr! Jetzt bin ich tot! Ich bin 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 tot! Ja nicht nur du! Ja.. Hörst du das? Hörst du das? Hörst du das? Aufechtig! Auf den Boden! Deutchen und schwer! Da draußen sind verletzte! Zieh sie in Deckung! Gernius! Zieh sie da raus! Ich gebe Deckung! Ja, was mach ich wohl hier? Hallo, Junge, hängst du ja fest? Boah, leck mich noch, Boku. Ja, ja, 6 weiter. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Ich hab einen Verbandkasten. Gar kein, ich hab einen Verbandkasten. Gar kein, ich hab einen Verbandkasten. In einer Reihe bleiben. Granate gewonnen. Hör sie! Hör sie! Hör sie! Hör sie! Hör sie! Hör sie! Ungezündete Leute! Hör sie! Hör sie! Hör sie! Hör sie! Hör sie! Bewegung vorab! Oh, das muss ich ja immer ändern, ich dachte. Hör sie! Hör sie! Oh, Maschinengewehr! Ey, wo war ja eins da? Hör sie! 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 Ja, raus wie dir! KOM! Emp"! Eck auf! Hör sie! Hör sie. Ich kann nur dann dann auch, Kolleginnen und Kollegen. Dann hall sie mega! Schießt ihr jetzt! Schießt ihr jetzt! Auf den Tüben! Keine Behrensicht! Könnt ihr sonst in jedes Halbkettfahrzeug! Es muss ich mich heilen, so! Schneid noch mal ab, danke! Junge, du musst noch mal raus! Ich war mit Kameraden, weil ich ihn beprobt zu mir! So, da ist auch einer! Und mehr? Ach, da ist auch einer! Oh, alle tot? Jetzt verbräunnen wir erst mal Munition hier! Ach, den Verbandkasten! Ja, klar! Ich muss mich! Da! Oh, die ist besser! Oh, jetzt gehen wir in die Kirche rein! Ah, für Glück hab ich! Daniels, die Tür! Jetzt! Wo sind sie hin? Die müssen gekloned sein, als wir uns gehört haben! Die Deutschen haben wir später zurückgelassen! Aufstocken, bevor wir zum Throne gehen! Scheiße! Im G. im ersten Stock! Entdecklust! Runter! Runter! Vorher! In unserer Stamm! Verscheidung! Hau! Alle, alle, alle! Die Meergeschmarschlande! Alle, alle! Alle! Alle, meine Kanada! Wäh' dich zum Feuer! Alle, alle, alle! Auf den Boden! Auf ihn! Unten bleiben uns flankiert! Auf Kuba ist er hier noch! Da! Rüber damit! Hier! Ah, die M1, dann nehmen wir die hier, dann gehts besser. So, haben wir noch Munition. Nachhut! In einer Weihe bleiben! Was? Nachhut? Wo? Auf die Flanke achten! Auf Bedeckung! Hä? Händen wir! Spiegel da! Oh, Knappi! 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 Ok, sicher! Die Kirche wäre da drin! Daniel, diese Kanonen suchen! Bewege mich zur Tür! Leute, schießen unsere Jäger ab! Sascha! Knappi! Rausgau die Kanunze! Grasart! Der Leer und Stein Schmidt kommt! Wir geben vom Turm aus Deckungsfeuer! Bin froh, dass du da oben aufpasst! Kein Druck! Keine Sorge, ich geb dir Deckung! Hoffentlich! Ah! Darf ich Gott spielen? Cool! Warte mal die Treppe rauf! Bewegung! Moment! Gibt's hier etwas zum Mitnehmen? Die Treppen rauf! Nö! Los, zur Leiter! Er hat hoffentlich keine Höhenangst! Würde das was ändern? Nein! Na los, rauf da! Da kracht bestimmt gleich ein, welche oben bin ich! Bereit halten! Okay, es geht los! Geben sie Unterstützungsfeuer, damit sie diese Flags aushalten können! Deutsche abrenmenden Autos! Sie haben ihn! Nur noch zwei! Nur noch einen! Verdammt! Halten sie die Deutschen auf den Platz und den Weg zur Flagsversperren! Feinde, erster Start! Jaaa! Darf ich erstmal nachladen! Auf die Künfte achten! Weiter nehmen! Deutsche! Linke Flanke! Da ist noch eine Flanke auf dem Hof! Unbemann! Im Auge behalten! Acht die Flanke rein! Streichschuss! Flanke! 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 Dann hat er einmal einen Boom gehabt! Feier! Die Wumpke! Auf dem Zimmer! Nein, das gar nicht! Ich kam inoth까. Nein nur noch zwei! Nur noch eine. Sicherlich! Wir haben Ihre laboratories geplant! WGo! Anh charity! Flanke! Anladな uns okay? Auf ihre Geschwitze feuern! Rausschalten! Sauber! Noch mehr? Sie kommen den Flachs näher! Deutsche auf den Dächer! Da. Wir können die Dächer nicht überlassen! Die letzte! Der ist Deutscher am Ende der Straße! Gut gemacht, Derniertz! Sie werden von hinten beschossen! Halt den Traumscher hinter Ihnen! Sie werden umstellt! Der steht nicht mehr auf! Was verdammt war das? Der muss Töne sein! Weiter schon! Die Denkung, damit Sie Sasmin helfen können! Sasmin hat die Zweite zerschirrt! Wuhu! Ich wusste es doch! Oh! Ich hab den! Ich rufe ab! Kann man runtersprinten? Ja! Kann man runtersprinten? Oh! Ich hab den Kopfschmerzen am Ende! Oh! Ich will den Kopfschmerzen haben, du! Oh jo. Jawohl, Sir. Ich brauche Ihre Position. Ich brauche einen Medik-Tag. Leer geschossen. Leer geschossen. Neue Waffe. Oh nein. Oh man, oh man. Okay, den Flammenwerfer würde ich nicht nehmen. Nein. Ich kann es zuerst mehr nicht sehen. Vor dem Einfluss waren Sie doch zusammen. Wo sind Sie? Ich weiß, was wir jetzt tun können, ist diese Position zu halten. Die Deutschen dürfen Sie hier nicht vor. Ich habe noch wer gerade ab. Ich habe noch wer gerade ab. Ich habe noch wer gerade ab. Die Position halten. Sie haben noch ein Komme hoch. Dann los. Sie brauchen Deckungsfeuer. Sie brauchen Deckungsfeuer. Ah, okay. Ah nein. Ah. Nein, ha. Die Flammenwerfer. Sie brauchen Nimmlaarsch. Sie brauchen wir jetzt die Flammenwerfer. Wir gehen. Hör den Weg! Auf! Und. Ah, okay. Sie müssen die Flammenwerfer nach vor. Sie müssen die Flammenwerfer. Oh nein! Oh man, oh man. Ich kann es erst mal nicht sehen. Vor dem Einstoss waren sie noch zusammen. Wo sind sie jetzt? Deutsche voraus! Ich habe noch mehr Granatenpanz nötig. Verwalt mal! Die Position halten! Dann los! Sie brauchen Deckungsfeuer! Da bitte! Feuerschutz! Erstmal in die Granate! Weiterfeuern! Die Kanone ist noch im Tag! Alle in die Karte stehen! Wo stören wir die Treppe? Deutsche in Bewegung! Die Flanken decken! Die Flanken decken! Was ist das? Achso, M. Wir haben den Kopf! Nein, ich bin der Nightser. Halt, Sie sind der Läufer, Sie sind der Päzigen und Pälschiger. Ihre Position halten! Sie sind der Pälschiger gekommen! Back here! Alles erledigt. Gute Arbeit, Männer. Sie haben alles gegeben. Diese Mistkerle ziehen sich zurück. Das war verdammt gute Arbeit. Die Männer haben sich gut geschlagen, Sam. Vielleicht haben sie sich in ihnen geirrt. Das war keine Glanzleistung, Männer. Ich war viel zu nachsichtig. Mal sehen, woraus sie wirklich gemacht sind. Wenn die Mitglieds Kopf auf ein Silbertablett bringen, meckert er noch, dass es nicht poliert ist. Wenn wir weiter so kämpfen wie heute, ist der Krieg schon bald vorbei. Deswegen müssen wir sofort aufs Ganze gehen. Okay, bin dabei. Wir haben Marie nie erobert. Die Deutschen ziehen sich so schnell zurück, wie wir vorstoßen. Dafür stehen wir jetzt mehr denn je in Pearsons Fadenkreuz. Wir müssen es ihm wohl einfach beweisen. So, das war jetzt das Gameplay Ich hoffe, euch hat das gefallen, so wie mir. Wenn ja, lasst einen Daumen um. Gegebenenfalls bitte einen super netten Kommentar. Ich verabschiede mich jetzt und wir hören uns wieder bis zur nächsten Aufgabe, die heißt S-O-I Okay, weiß ich, was das heißen soll. Aber bis denn, seid artig, seid nett, euer Jade. Tschü!